Lang ist es her, Friends, was geht? Herzlich willkommen zu Ring Fit Adventure. Mit der neuen Kamera, im Hochformat und mit Ansteckmikrofon, was man definitiv hören sollte. Dadurch bin ich hier etwas freier alles, außer dieses Kabel, was hier runter hängt. Aber ansonsten bin ich hier ziemlich frei, was das Ganze angeht. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt hier durch. Ich habe keine Ahnung, was die Leute hier von mir wollen. Es ist ja tatsächlich ziemlich lange her, dass wir das letzte Mal hier etwas gespielt haben. Und deshalb werden wir mal kurz zurückreisen und ein normales Level spielen. Was ist das hier? Ein Kampfstudio. Oh, okay. Versuchen wir es einfach mal. Why not, oder? Serienkampf. Okay, Bonus ab Rang B, Runde 1 von 3. Ich habe absolut keinen Plan mehr von irgendwas. Deshalb würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir hier irgendwas haben, was auf mehrere Dudes geht. Zum Beispiel... Ja, das hier, das geht schon. Sumo Squads. Okay, einmal kurz abwehren, Friends. Okay, ganz gechillt hier unterwegs. Und jetzt müssen wir gleich nochmal einen schönen, fetten, gelben Angriff raushauen. Schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Eine Überkopfbeuge. Jawohl, das haut hin. Ha, wunderbar. Geschafft. Sieg 1 von 3. Weiter geht's. Holy shit. Okay. Der Typ hat es auf jeden Fall drauf, würde ich sagen. Und damit haben wir Runde 2 von 3 auch abgeschlossen. Let's go, ab in die letzte Runde. Was haben wir denn hier schönes? Blaue Dudes. Da können wir definitiv irgendwas machen, was auf alle geht. Shit, Sumo Squads sind leider gerade nicht verfügbar. Das ist sehr schade. Na ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach Schenkelpressen. Ich bin mal. Wunderbar! Ja, und damit haben wir alle drei Runden geschafft. Holy shit, ey. Oh, meine Güte, ey. Ich war viel zu inaktiv, was den Sport angeht in letzter Zeit. Und wir haben sogar Rang S bekommen. Holy shit. Okay. Ich war viel zu faul, was in letzter Zeit Sport anging. Und aus diesem Grund bin ich gerade massiv am Sweaten. Holy shit. Okay, crazy. Aber wir haben... Oh, oh, oh. Okay, crazy. 70 Schaden und macht Schaden auf 5 Gegner. Ja, das packen wir auf jeden Fall rein. Eine Reifeleistung. Wir haben Neon Ballett bekommen. Und... Oh, der gibt uns 10 mehr Angriff. Ja, auf jeden Fall. Da ziehen wir uns definitiv um. Also, lasst uns ein normales Level hier machen. Level 40 ist das. Das ist Level 39. Und das ist Level 41. Okay, dann machen wir als erstes Level 39, würde ich sagen. Ich bin übrigens vorher gerade im Regen nach Hause gefahren mit dem Rad. Das war ziemlich fresh. Und ja, da tut so ein bisschen Sport. Eh ganz gut. So, schön hier durchpowern. Ringfit ist viel zu lang her. Holy shit. Ringfit ist so lang her. Oh, für Strakow. Ich liebe ihn. Ich heirate ihn. Okay, halt zum Maul bitte. Okay, danke. So viele Kämpfe. Warum? Oh shit. Oh shit. Schisch. Aber das hier ist halt leider... Egal, wir machen den Hüftschwung. Friends, wir machen den Hüftschwung. Jetzt wird's epic. Oh Mann, Alter. Jetzt wird's epic, okay. Oh shit. Oh yeah, guys. Das ist ein geiler Hüftschwung, oder? Ja, mach das mal nach, ey. Das ist ein richtig sexy Hüftschwung. Ja, Mann. Das ist ein richtig sexy Hüftschwung. Holy shit. Das solltet ihr mal nachmachen, Guys. What the fuck? Oh mein Gott. Das ist gerade gar nicht gut. Wir haben keine Heilungsitems mehr, ne? Nur noch den einen. Und den Wiederbelebungsdrang. Shit. Oh shit. Das ist gar nicht gut. Okay, müssen wir den Angriff jetzt nochmal. Ah, nee, okay, jetzt wird das Ding hier generell unterbrochen. Äußerst interesting. Oh mein Gott. Das ist jetzt aber gar nicht gut. Äh, Guys. Wir haben ein Problem. Und zwar werde ich den Typen hier jetzt nicht down bekommen. Äh. Shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, alle Übungen sind hier gerade rot. Und das hier wäre blau plus rot. Dann machen wir das. Das ist das einzige, was mir jetzt an Hoffnung bleibt. Ansonsten sind wir down. Okay, ich hoffe, er reiht sich jetzt ein und heilt sich wieder leicht. Shit, was? Äh. Okay, jetzt ist eh gleich vorbei. Jetzt ist eh gleich vorbei. Okay, Sumo Squats. Letzte Möglichkeit. Äh, pff. Okay. Oh mein Gott. Das war das Closeste, was ich jemals hatte in Ring Fit. Holy shit. Das war crazy. Ah. Okay. Okay. Okay, die Abschlusspose. Sehr schön. Let's go. Die Abschlusspose. Ja. Ah. Holy shit, Alter. Leck mich am Arsch. Ring Fit Adventure. Holy moly. Okay, prüfen wir einfach mal. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Okay. Ja, ja, mach ich schon. Dann mach mal hin, weil ansonsten... Ja, ja. Alles klar. Töpferscheibe. Töpferscheibe. Dann schauen wir mal, was Töpferscheibe so drauf hat. Ich bin nämlich schon ziemlich fertig tatsächlich. Hm. Okay. Strecke deine Knie und halte den Ringcon waagerecht. Ah, okay. Ah. Ah, verstehe. Okay, okay. Ja, und jetzt dann so... Hui. Verstehe schon. Okay. Wir müssen das danach bauen. Ach, das ist cool. Das ist cool. Okay. Ich würde sagen, wir beginnen hier. Hier so. Und machen das hier so. Äh. Ja, dann machen wir hier so. Okay. Okay. Und dann gehen wir noch weiter nach unten. Ja. Das machen wir so ungefähr. Nee, das muss noch weiter rein hier. Ja. Nee, das muss noch schmäler. Boah, holy shit. Okay. Ich glaube, das ist ganz okay. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Äh, mal schauen, was wir hier Schönes haben. Wir bekommen tatsächlich ganze 26 Punkte. Das ist C. Oh. 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 Das habe ich ja mal ultra gefällt. Aber ich glaube, dass es trotzdem besser ist, als das davor. Ich glaube, dass es 80 Punkte. What the fuck, dude. What the fuck. Okay, what the hell. Alles klar, ich bin zufrieden. Oh, die shit. Okay. Dann schauen wir mal, was in der Schatztruhe hier drüben mit drin ist. Ja, Glückwunsch. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Wir haben hier drüben zwei Schatztruhen, die wir plündern können. Okay. Dann würde ich sagen, let's have a look. Was haben wir hier schönes drin? Ein Pfirsich Smoothie. Sehr geil. Und hier unten haben wir Pfirsiche. Na, chillig würde ich behaupten. Okay, Guys. Das war es mit dieser Folge von Ring Fit Adventure. Wollt ihr öfter Ring Fit Adventure sehen, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, ich würde sagen, Guys, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao. Danke an meine MVP-Kanal-Mitglieder Meister Keksi, Yoshi, Missy und Homie. Wenn auch ihr hier genannt werden wollt, müsst ihr einfach nur MVP-Kanal-Mitglied werden.